oh man das war knapp denn und wieder an esslos flackern auffüllen plündern und ein schlangen schweiß super wer da fällt jetzt hier runter das ist doch echt total so ein schwachsinn komme ich jetzt aber hier schnell raus so logan ist was zu sagen ich hoffe doch jetzt ja super sehr schön feierling schreien feierling schreien wie komme ich jetzt am schnellsten mal zum feierling schreien so wie komme ich jetzt mal schnell zurück ist deswegen doch ganz schön scheiße schwierig jetzt jetzt hier vielleicht noch eier stimmen kacke na komm springse 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 Okay So, nice Gegner down So wird das sein Fragen über Fragen Wo ist jetzt so ein Schneller Weg Hier waren ja zwei, nicht nur einer Oder? Da hinten ist er doch schon Ah, komm schon Oh Gott ey Und nochmal, was ich immer Sehr gut So, wo kommen wir jetzt mal schnell hier rein Ah ja, genau Also hier ist schon mal keine geheime Wand Und Ja Blödsinn aber Ich will hier mal eine geheime Wand sehen jetzt Ich will hier einen schnellen Weg zurück wiederfinden Weil Diesen ganzen Weg dann hier Bis zum Feierlings Das ist deswegen doch Arsch Schwierig Muss es ja irgendeinen anderen Weg geben Wie man da am schnellsten hochkommt Oh, Junge Jetzt Okay Down Sehr schön Ist der eigentlich noch am Leben? Ich weiß gar nicht Bestimmt Oder auch nicht Ich weiß gar nicht Moment Wenn ich hier zu durchgehe Dann komme ich denn da überhaupt Da komme ich den Gang vor Achso Der ist ja schon angekommen Drei Okay Der ist ja schon hier hochgerannt vorhin Puh Ach Ey Bitte nicht jetzt ey Ernsthaft jetzt Ich hatte dieses Spiel manchmal So wie die Pest Wieso resettet denn das? Wieso resettet das? Ja Na komm schon Lauf, 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 lauf Oh Himmelarsch und zwar Da ist man einmal hier im Kreis gelatscht Das ist Oh fuck Falsche Richtung Ach egal Jetzt drehen wir nochmal Scheiße So Wie kommt man jetzt mal schnell wieder zurück? Wer hat denn bitte einen Reset-Knopf hier eingebracht? Das ist ja mal Frechheit Scheiße Ganz knapp daneben Okay Also ich könnte wieder da hoch Und nochmal bei diesem Dingstack Feierlich schreiben Feierlich schreiben Ich könnte ja schnell einfach wieder zurück gehen Aber ich brauche irgendwie einen Schnellen Weg zum Ausgang oder sowas Irgendwas in der Drehung Drehung Okay Und Schuss Na komm schon Und nochmal Was so schön war Ach schade Ich brauche Trotzdem noch nicht genug Schaden an dem Äußerst mies So So ging es hier nochmal weiter Hier gab es dieses Loch Hier war dieser blöde Durchgang Und hier war diese Verwurte Moment mal Ich kann dir ja Ich muss das jetzt einfach mal tun Ach wieso kann denn die so weit springen Das ist doch unfair Auch dass sie so weit springen kann Das ist einfach Das ist so unrechenbar Ich hasse diese Gegner Ich will dieses Vieh jetzt tot zählen Und ich will nochmal gucken Ob es hier oben dennoch Den anderen Weg nach draußen gibt Das ist jetzt eigentlich noch Mein zweites großes Muss es doch noch irgendeinen Weg Einen schnellen Weg nach draußen gibt Irgendeine verkackte Abkürzung Wenn es der Weg Über diese verhote Brücke ist Komm schon Komm schon Komm schon Ich bin gut im springen Meine Seelen die 4.800 Brauche ich jetzt nicht separat noch zu holen Was ist doch noch der Weg nach draußen Gegner Hier geht es viel zu weit nach unten Anstatt dass man das einfach so Ja Laufen lässt Okay Jetzt muss ich aber hier wieder diesen blöden Oh Gegner down Oh nix dabei Schade So Und Das muss doch was sein Mensch Nirgendwo Ernsthaft Jetzt Ich einfach mal hier eine Tür Oder so Ach das ist doch gemein Einfach mal ein schneller Weg raus Das ist dieser verhote Drecksburg Das kann jetzt echt nicht Euer Ernst sein Ich will hier einen schnellen Hausweg Fuck Ich komme hier nämlich echt nicht schnell genug hier raus Jetzt den Firelink schreien So schnell wie möglich Ich will irgendeinen Deaktivierungsknopf haben Für diese blöde Falle Und Und Homelink Dings da Komm ich ja eh nicht so schnell nach Hause Das ist bisschen blöd Hoppala Dies war knapp Brace is on Brace, 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 Brace is on So So Jetzt auch nochmal weiter Ganze Weg wieder zurück Das ist mir nicht einfach irgendwie mal bis zum Anfang runterfallen kann oder so Sowas gibt es ja nicht Das ist nämlich mal echt ziemlich cool Einfach mal bis zum Anfang runterfallen So Und wieder mal 500 Seel Brace is on Den 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott Gott, oh Gott, oh Gott Das muss ich mir erst nicht ausprobieren Zum Beispiel habe ich langsam fallen, nicht? Von daher komme ich ja auch nicht schnell noch runter Hm Naja, ein Test wäre es schon mal wert Ha Okay, wo sind wir denn jetzt? Also Ernsthaft jetzt mal Brace is on Mein Alter Oh, da haben wir sie bei Oh, oh Hm, komm schon Oh Gott Oh Gott Ja genau Ach so, er ist tot Na, Hilfe Hilfe, Hilfe Ich werde unterdrückt Also man kommt da runter Man sollte aber sehr viel Leben dabei haben Sonst geht die ganze Sache schnell nach hinten los Okay Komm schon Wappenring, ruhender Drache Cool Okay, suchen wir uns mal kurz Was dieser Ring kann Oh nein, falsche Richtung Da Wappenring, ruhender Drache Wo ist er denn? Da Träger verursacht keine Geräusche Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen verziert Und schluckt alle Geräusche, die seinen Träger verursacht Klingt ziemlich fetzig Das heißt, ich bin dann wie ein Geist So, wie komme ich jetzt wieder hier runter? Weil fallen ist jetzt nicht so ganz mein Ding Ich könnte hier runterfallen Dann könnte ich hier nochmal runterfallen Und dann nochmal runterfallen Bis ich dann irgendwann ganz unten bin Es ist wahrscheinlich die einzige Methode, wie man hier runterkommt Einfach, äh Ja, fallen, 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 fallen Das möglichst Äh, ja Möglichst sachte Oder aber Was ein Scheiß Diese miese Drecks Das gibt's doch nicht Macht mir selbst von hier oben noch Das Leben schwer Kann ich den nicht mal anvisieren So, wo ist denn jetzt dieser andere Typ hier? Na, wo ist er? Ach, hier, komm Ich will den jetzt endlich mal mehr in den Fokus haben Das ist doch nicht mehr feierlich Moment, ist doch mal gut Jetzt Aua Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Okay, na, komm schon Also das ist jetzt mal echt bitter Hä? Okay, da muss ich wirklich auf die andere Seite gehen Um den ein bisschen zu treffen Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Wäre diese Kamera nicht Würde ich den innerhalb von Sekunden wegmähen Nee Ach, scheiße Ach Wieso ist denn das ausgerechnet Und rechts ist doch Aber ich hätte das nach links ziehen müssen Die ganze Zeit funktioniert das Ohne Probleme da runter zu kommen Aber jetzt, sowas Weser Schwachsinn Echt Wo kommt man da runter? Da kam er runter Oh, Gott Hilfe! Wie kommt die da hoch? Oh, Gott Das ist doch beschissen Die können übel Ich hasse diese Die können übelst weit springen Du weißt nie, wie weit diese Kacke geht Aber du weißt doch nicht mal, wie weit die springen können Das wäre mal eine schöne Idee Und vor allem springe ich hier runter Und auf einmal war da ein Gegner Was macht denn ein Gegner bitte in diesem Ding? Das sind doch nie Gegner drin Ohne Mist jetzt Wie kommt ein Gegner da rein? Vor allem habe ich den erst Super Echt jetzt Wow Der kann mich sogar angreifen Okay Gut Sagt er Das ist so beschissen Ich rolle extra weg Und der springt trotzdem noch auf mich drauf Wir haben so eine mega Reichweite Selbst wenn man diese Scheißfestung schon beendet hat Ist die beschissen Hier muss es doch noch irgendeinen 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 Schnellen Weg zurückgehen Ich habe hier keinen Bock Jedes Mal durch die Scheißfestung da zu latschen So ein Bullshit jetzt Ich werde jetzt überhaupt Ich gehe jetzt nach Durch Anno Londo So eine Kacke Irgendwann komme ich eh wieder Bei diesem Firelink-Schreiben raus Ich will diese Abkürzung Das wohnt mich eigentlich echt am meisten Dass es hier Keine Abkürzung gibt Ja Das runterfallen zählt man jetzt nicht als Abkürzung Jetzt kann ich hier alles aufmachen Toll Was soll mir das bringen? Ach scheiße So ich könnte den hier erstmal noch wieder kaputt machen Scheiße Ich habe mich auf die Uhr Das ist ja mal cool Ich bleibe einfach so stehen Der hat 100 Pro Gegenstände wieder dabei Und ich in meiner All Gegenwärtigen Sammelwut Sammelwahn Will den natürlich wieder haben Ach scheiße Was habe ich denn den überhaupt gekillt ey Ich will doch einfach nur Diese Scheiß Gegenstände Fuck ey Ja genau Zum Glück macht er nicht so viel Schaden an mir Oh der hat sogar wieder was dabei Das war doch mal eine schöne Alternative Kleine Scherben So muss das sein Okay Hier kommt man da wenigstens lang Aber wie kommt man von diesem Penner aus zurück Ja ich muss irgendeine Abkürzung geben Irgendeine beschissene Abkürzung Gut dann gehen wir halt mal wieder nach oben Das ist mal eine kurze Folge gewesen So ich werde mich jetzt echt nochmal informieren wo es in der Abkürzung gibt Weil ich hasse es Weil ich hasse es Wenn ich diese Abkürzung nicht finde Und wenn ich dann nochmal hier lang muss Nach Anolondo Durch diese ganze Scheiß Kacke hier laufen muss Das will ich nämlich überhaupt nicht Hier gibt es noch nicht mal eine Hier hat man alle schon mal probiert Hier brauchst du es nicht probieren Was haben wir denn hier anständig Ach ich habe doch eh da hinten mein Leuchtfeuer Von daher kann ich ja auch mal ein bisschen Das kann spielen So Ich weiß gar nicht wie viel Leben ich jetzt schon verloren habe Moment ich muss aber schon nach unten Das hier scheint mir nicht so hoch zu sein Das ist gut Okay Eingepfiffen Und Shit Ich will hier springen Also das klappt schon mal nicht Was echt ein bisschen schade ist Weil ich hätte es schon gerne mal ausprobiert Aber ich will jetzt ein Solange ich jetzt hier nicht Weiter weiß Den kann man eh ignorieren Das ist total cool Und ich könnte natürlich auch mal auf die andere Seite springen Mal gucken wo es mich da Ob ich da den Typen hier kaputt hauen kann Das wäre es jetzt noch So aber nee Erstmal holen wir uns die Wunder wunder wundervollen Gegenstände die hier noch rumliegen Ich hoffe die verschwinden jetzt nicht Das wäre es jetzt noch Ich merke mich hier nehme ich nicht aus Und dann verschwindet die erst einmal Und dann ist das Kalte wieder groß Großwert, große Scherbe Sehr schön So Moment Ist hier denn noch irgendwas Ich weiß gar nicht Hier war glaube ich nur dieser Dieser Typ da Und dann auch noch so ein anderer So Der ist weg Der ist weg Ah Das war anscheinend einer der gelebt hat So Hier oben sind zwei Kisten Das ist aber nicht der einzige Grund warum ich hier bin So Hier kommen wir nicht raus Wir kommen auch nicht raus Das hatte ich ja eigentlich alles schon mal probiert Na gut dann lassen wir es mal Hey Hier muss doch mal eine Abkürzung sein Irgendwas Eine Abkürzung zum Feierlingsschreien Ich würde mich aber echt mal wundern Wie denn die nächste Abkürzung hier zustande kommen soll Und vor allen Dingen von wo Wir sind ja hier mitten im Wald Und dann vom Wald aus Irgendeine Abkürzung zum Feierlingsschreien Wird ja eigentlich nur über den Schmied laufen An sich die ganze Festung ist ja schon Eine Abkürzung zum Feierlingsschreien So Na komm schon Und gehen wir mal wieder hier runter Gucken was wir hier mit unseren jetzigen Gegenständen hier machen können Welche Rüstung wir verstärken können Aber ich habe da noch was über Oh Wald durchstülpen kann die nicht verbessern Meine Rüstung auch nicht Und die Hosen auch nicht Schade Außer meinen Helm Den kann ich aber funkel dich dann nicht Wird nicht beschissen Na gut Machen wir jetzt hier eine kleine Pause Wir haben immerhin Logan befreit Und jetzt müssen wir nur irgendeinen Rückweg finden Bis dahin Na gut Bis dahin Ciao Ciao Ciao